Hallo, ja, ich genieße es gerade, dass ich so viel Zeit habe, kollektive Legungen zu machen. Es ruschelt, weil ich gerade noch ganz gemütlich auf meinem Hundesäckchen sitze. Und ja, erstmal ein herzliches Willkommen zu meiner Legung, wo auch immer du mich gerade siehst. Ich bin sehr gespannt heute, was das werden wird, weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es geht euch gut, ihr seid im Flow und ihr habt große Entwicklungsschritte gemacht. Und dann kommt das, was diese Woche auch in der Legung gesagt wird. Anteile in euch wollen euch in die gewohnte Scheinsicherheit zurückziehen. Und es kann bei jedem anders sein. Es können Glaubenssätze sein. Es kann sein, dass man sich anfängt zu bewerten und zu verurteilen. Und bei mir ist es, dass mein Körper immer reagiert. Und ich habe schon seit 20 Jahren immer wieder guterose Schübe. Und ich bekam jetzt gestern einen. Und ich habe ganz viel Enttäuschung gespürt, Traurigkeit und Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit. Und auch Ärger. Dennoch habe ich die dritte Nacht super gut geschlafen, weil ich jeden Tag mich von den Informationen, von den Botschaften, die über die Karten ins Kollektiv kommen und mich dementsprechend auch betreffen, nutze und an mir wirke. Und heute Morgen war ich dann sehr traurig und hatte gar keine Lust eine Legung zu machen. Und dann war es sehr spannend. Ich habe ja so eine kleine Hundeoma und der ging sie. Ja, man merkt halt einfach, dass sie alt wird. Und ich saß am Computer und da kam sie zu mir. Und ich bin ganz verruschelt. Und setzte sich vor mich und stummte mich und schaute mich ganz lebendig an. Dann gehen dann alle Haare hoch und sie wollte spielen. Und dann habe ich sie angeguckt und war so tief berührt, wie sie mir zeigen wollte, und es ist Zeit zu lachen, es ist Zeit zu spielen, es ist Zeit einfach mal Leichtigkeit reinzubringen. Und auch die Leichtigkeitskarte war ja schon in einer der kollektiven Legungen diese Woche da. Also ich konnte nicht anders. Ich habe mit ihrem Regenbogenschlangenwurm, den ich gehekelt habe, habe ich mit ihr getobt. Und dann haben wir Bälle gejagt und sie war so lebendig und hat mich aus meiner Traurigkeit rausgeholt. Warum erzähle ich das? Naja, ich habe alle Karten mehrfach gemischt, ich habe sie gereinigt und 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 habe dann um einen Titel der Legung heute gebeten und was fiel raus? Das innere Kind, das Lachen und der Ärger. Was soll ich sagen? Ich meine, meine Hündin hat mir heute Morgen schon gezeigt, wo es lang geht. Und die Karten zeigen es weiter. Und dann habe ich mich angefangen, damit zu beschäftigen, weil Karten legen, ich kann mich nicht an einen leeren Tisch setzen. Ich laufe durch meine Räumlichkeiten, was mich ruft und ich zelebriere das. Ich mache ein Schauspiel. Also das heißt, ich mache der Hol die Kulisse zu meiner Legung. Und für mich ist es ganz wichtig, weil ich auch eine Symbol-Tante bin und die Dinge finden mich, die dazu wollen. Ja, und da gehen wir jetzt gleich hin. Ich zeige euch kurz, was sich gefunden hat und dann gehe ich an die Legung. Und vielleicht ist es ja auch für dich passend heute. Vielleicht hängst du auch du in einem Loch drin. Und ja, manchmal ist es schwer, sich zu entscheiden, nicht im Loch sitzen zu bleiben, sondern etwas zu tun, was auch immer, was einen zum Lachen bringt, zum Lächeln bringt und mal einfach wieder erfahren lässt, das Leben hat auch schöne Seiten. Das hat es immer. Also, bis gleich. Ich zeige euch erstmal die Symbolwelten. Also, meine kleine Kulisse hier. Und zuerst fiel das Wohnzimmer raus. Und das schauen wir uns auch gerade mal an, weil sie zeigte sich als Themenkarte. Und das Wohnzimmer ist für mich immer so, das zeigt es auch schön mit dem Kamin und mit dem brennenden Feuer, dass es jetzt Zeit ist, sich wirklich mal so in Ruhe niederzusetzen, sich Geborgenheit und Wärme zu schenken, zu reflektieren und bei sich ankommen. Hier im Wohnzimmer sind keine Menschen. Normalerweise begrüßt man ja oder empfängt Menschen. Aber, Moment. Hier steht schon der Tee für den Empfang bereit. Aber es geht erstmal um die Reflexion. Und, ja, Ort der Geborgenheit. Lass dich nieder. Fühl mal in dich rein. Und dann habe ich gefragt, um welche Themen geht es. Und dann kam das Lachen. Und irgendwie mit einer alten Weisen. Spüre die Leichtigkeit des Lebens und öffne dich für das Lachen. Und ich habe dann gefragt, ja, warum gerade jetzt, warum gerade heute bei der Legung? Und es fielen zwei weitere Karten raus. Das war einmal der Ärger. Ärger belastet dein Herz. Gib dein Leid ab und erfahre neue Lebensfreude. Und da war sofort die wilde kleine Frau. Schaut mal. Sie hat ein Herz in der Hand. Sie öffnet sich fürs Leben. Und, ja, schaut mal. Der Ärger auf der Karte. Mit den wilden Haaren. Und dann die wilde kleine innere Frau, die sagt, ich habe genug davon, mich zu ärgern, dass es jetzt gerade wieder so und so ist. Und ich möchte jetzt einfach mal lachen. Und es ist schön, dass da eine ältere Dame drauf zu sehen ist. Für deinen weisen Anteil in dir, der dir sagt, bei all dem Wirken, bei all den Themen, die du dir anschaust, vergiss nicht die Lebendigkeit. Vergiss nicht zu lachen, zu toben. Ja, die wilde Frau steht auch fürs Toben. Das, was ich gerade mit meiner Hundeoma gemacht habe. Deswegen musste ich ja auch so lachen. Ja, ich musste lachen. Meine Hundeoma, und hier ist es eine Oma, die haben mich aus meinen trüben Gedanken gebracht. Und es ging ganz schnell. Und vielleicht magst du jemanden empfangen, mit dem du plaudern kannst, Tee trinken kannst, lachen kannst. Oder eine Komöde im Fernsehen anschauen kannst. Oder eine Spielrunde machst, was Spaß macht. Oder, oder, oder. Ja, vielleicht ist deswegen auch das Wohnzimmer aufgetaucht. Und die weitere Karte, die rausgefallen war, war das innere Kind. Gib deinem inneren Kind mehr Aufmerksamkeit und Liebe und finde mehr Freude im Alltag. Auch wieder die Freude. Und da war das für mich auch schön, weil als meine Hundeoma mich abgeholt hat und mich gestummt hat und so vor mir saß mit stehenden Ohren und stehendem Fell, da hat sie meine Kleine angesprochen. Und sie hat das Spiel angesprochen und hier ist eine Katze drauf. Bei mir kam auch gleich noch meine Katze dazu und schaute uns zu. Und da wurde die Tonfigur mit ins Bild. Kümmere dich um dein inneres Kind. Vielleicht braucht es jetzt wirklich Geselligkeit und Spiel und Ablenkung und Begegnung. Und schaut mal, ich musste so lachen. Die wilde Frau, die ist voller so Zeugs. Und da ist mir so, ja, der macht es nichts aus, auch im Dreck zu spielen. Und das ist das Überthema. Und ich weiß gar nicht, ob da noch viele Karten kommen wollen heute. Und ich bin sehr gespannt. Und alle Karten sagen das Gleiche. Schau mal, Mann, ich lass mich mal inspirieren. So, ich nehme mich mal selbst jetzt nicht mehr so ernst. Ich saß da, hab keine Arschbange da gehabt und hab da den Schal gefunden. Und hab dann noch ein bisschen in Facebook gestülpert. Und hab gemerkt, dass da ganz viel so mir wohlbekannte Emotionen in der Luft sind. So, einige, die sagen, so, ich bin jetzt nur noch hier in Facebook, um Spaß zu haben. Ich hab euch genug Tipps gegeben fürs Leben und hab nie ein Dankeschön bekommen. Und, ähm, so, das mal, also Überschrift für die Energie, die ich gespürt hab. Ja, das kenne ich, das habe ich auch mit meinen Buchtexten. Und, ähm, warum wird nicht geteilt? Warum wird kein Like hinterlassen? Ähm, auch auf YouTube oder Instagram. Und warum geht's bei anderen? Und, ja, es ist halt so, ne? Und ich hab diese Woche so Spaß mit diesen kollektiven Legungen gemacht. Und meine kleine Hundeoma hat mir jetzt gerade gezeigt, Spaß ist dran. Ja, und ich weiß, was ich kann. Und wer mit mir in Resonanz geht, der wird es auch wissen. Und ich mach jetzt, jetzt kommt diese Bedingungslosigkeit gerade so hoch, ne? Ich mach jetzt einfach. Ich mach das, was mir Freude macht und lass euch daran teilhaben. Und wenn ich keine Freude dran hab, dann mach ich's einfach nicht. Hm? Punkt. Ich nehm mich jetzt selbst nicht mehr so ernst. Es reicht doch vollkommen, dass ich weiß, was ich kann. Es reicht doch vollkommen, dass du weißt, was du kannst. Und tu's mit Freude oder lass es, wenn du keine Freude dran hast. Und, ähm, ja, wir haben das Bedürfnis, wir haben halt, wir haben halt unsere Bedürfnisse. Weil das bringt uns ja auch nicht weiter, wenn wir uns dann ins Hadern begeben. Oder es bringt mich auch nicht weiter. Ich rede dann auch gern mal von mir, wenn ich jetzt so einen Schmerzschub habe. So einen Schmerzschub habe. Ich bin eine Eule. Ja, so bin ich manchmal auch. Wenn ich einen Schmerzschub habe, ist der ja da. Also kann ich jetzt traurig sein und wütend sein und nicht ärgern, dass mein Körper noch nicht da ist, wo mein Herz schon ist. Und dann verspanne ich noch mehr und dann verkrampfe ich noch mehr und der Schmerz wird noch schlimmer und ich nehme ja keine Schmerzmittel. Oder ich kann mich jetzt heute selbst auf die Schippe nehmen. Ich kann mich an meinen Haaren ziehen und mit meinem Hund spielen und jetzt eine Belegung für euch machen, die mein Herz berühren wird und deines vielleicht auch. Und dann habe ich mich an meinem Schopf rausgezogen aus meinem Mitleid zu mir selbst und tauche ein ins Mitgefühl mit mir selbst. Und in diesem Mitgefühl tue ich das, was mich Kraft tanken lässt. Und das ist heute eine Legung für euch zu machen, fürs Kollektiv. Und später vielleicht noch laufen mit dem Hund, die Oma, nein, wenn sie möchte. Die Kraft, Ressourcen helfen uns. Sie helfen uns immer. Und manchmal müssen wir uns nur über, dürfen wir uns überwinden und überlegen, was tut mir heute gut, was hilft mir aus der Traurigkeit, aus dem Ärger, aus den Zweifeln, aus den Sorgen herauszugehen. Weil, wenn wir in unserer Herzensenergie sind, können sich Möglichkeiten und Lösungen zeigen. Dann sind wir offen. Und wenn wir Angst haben und Zweifel haben und Sorgen haben, drückt es uns nieder. Und deswegen wollte ich euch nicht diesen wundervollen, ich nehme mich selbst nicht so ernst heute, Modus zeigen. Und jetzt gehe ich an die Karten. Es sind auch gar nicht viele Karten gefallen. Ich habe also alle meine Decks durchgemischt. Und jetzt gehen wir mal in die Deutung. Ich bin schon sehr gespannt, wie stelle ich das jetzt. Ich mache es so, Moment. Und dann machen wir das so, dann seht ihr immer noch das Basis-Thema da hinten. Und ja, jetzt habt ihr mich mal noch von meiner chaotischen Seite erlebt. Aber es ist ein Prozess und vielleicht lasst ihr euch von diesem Prozess berühren. Und jetzt schauen wir mal. Es geht in allen Karten darum, dass jetzt die Zeit ist, einfach mal alles gerade sein zu lassen. Und wieder in die Leichtigkeit zu fühlen. Und die zwei Karten wollten aufeinander. Deswegen schauen wir es uns auch gemeinsam an. Die Opferhaltung und die Demeter. Also, da kann ich euch gleich eine schöne Geschichte erzählen. Und die Opferhaltung ist einfach nur die Situation, die ich vorhin geschildert habe. Wenn wir durch was auch immer aus unserem Lebensfluss kommen und ans Ufer gespült werden und uns Krankheit, Glaubenssätze oder oder in einen Wirbel hineinbringen oder in einen Sandsturm. Das Bild kommt gerade. Ist es manchmal sehr schwer aus dieser Übererregung oder Untererregung. Und manchmal fallen wir ja auch einfach um und sind nur noch müde herauszukommen. Wir haben uns überfordert. Wir wurden überfordert. Und da ist es schön, wenn dann jemand kommt und einem helfen kann, da rauszukommen. Bei mir war es meine Oma Lea, heute Morgen meine Hündin. Wenn ich da hereinfalle in dieses, ich komme nicht mehr raus, das Alte holt mich ein, rufe ich dann jemanden an, falls nicht gerade mein Hund mich da rausholt oder eine Freundin gerade anruft und hole mir Hilfe. Oder ich komme an eine Kartenlegung von einer Kollegin, die mich abholt und es gibt Möglichkeiten zu entscheiden, aus dem Mitleid ins Mitgefühl zu gehen. Manchmal fast unmöglich, manchmal schwer, manchmal klappt es. Man sollte sich nicht scheuen, sich in diesem Moment wirklich Hilfe zu suchen. Und ich weiß, wie es ist, wenn man vor dem Panikraum steht und wie das Dunkle einen auch da reinziehen möchte. Und da passt die Demeter sehr gut. Und diese Karte der Opferhaltung ist überhaupt nicht bewertend gemeint. Ich habe jetzt in meiner Ausbildung gelernt, 90 Prozent, circa 90 Prozent der Bevölkerung, ja, überall, hat mindestens einen Trauma erlebt. In dem Moment ist man auch in einer Opferrolle gekommen und da kann man immer wieder mal in dieser Opferhaltung zurückrutschen. Das ist so. Ich habe Mitgefühl mit dir. Es hat seinen Grund, dass das alles passiert. Und viele deiner Glaubenssätze und Verhaltensmechanismen sind Überlebensstrategien. Und die haben dir geholfen, dein Leben zu leben. Ich habe diese Woche meinem Körper dafür gedankt, was er alles für mich getan hat, damit ich überlebt habe. Aber jetzt sind wir erwachsen und da kommt die Demeter ins Spiel. Und ich mag nicht aus dem Buch vorlesen, sondern ich habe mal vor vielen, vielen Jahren, als ich mein erstes Buch geschrieben habe oder mein zweites, eine Geschichte von Demeter gelesen, weil ja ihre Tochter zu Hades in die Unterwelt entführt worden ist, dass sie in Depressionen verfallen ist, in tiefe Depressionen und nicht wusste, was sie machen sollte. Und Demeter ist ja eine Erdgöttin. Jetzt könnt ihr vorstellen, was passiert, wenn deine innere Mutter, deine innere Göttin, deine innere Demeter in Depressionen verfällt. Und was passiert dann mit dir, mit deinem? Ja, du nährst es nicht. Du nährst es nicht. Du nährst dich selbst nicht und hängst in diesen traurigen Zuständen oder in den Sorgen oder in den Zweifeln oder Ängsten fest. Und in der Geschichte, die ich gelesen habe, kam eine Göttin und die hieß Baubo. Und die hat der Demeter Geschichten erzählt und hat sie so sehr zum Lachen gebracht, dass sie ihre Depression vergessen hat. Und ich mag euch mal vorstellen, die Göttin Baubo. Ich habe meinen Buchauszug ausgedruckt. Da schreibt eine Freundin, die Tinka, schreibt ihrer Freundin Lili. Baubo ist genial. Sie ist eine Göttin ohne Kopf und Arme. Beine besitzt sie nur ansatzweise. Sie spricht mit ihrer Vulva, der Quelle. Das heißt, es geht um die intuitive, offene und auch schlagfertige Sprache, welche Frau fähig ist zu sprechen. Sie ist fröhlich und ganz und gar unverschämt, ja schamlos, unbefangen und dreist, albern, die anerzogenen Grenzen sprengend und dadurch den scheinbar guten Geschmack. Sie ist verbunden mit der Weisheit der inneren Quelle, mit dem Urschlund und sie weiß, Frau braucht sich nicht zu verstecken. Sie lässt sich nicht beurteilen. Baubo zeigt, dass genau das der Weg aus Depression, Selbstmitleid und Wut ist. Wenn Frau sich einlässt auf das Abenteuer mit Baubo, der Göttin des unbändigen Gelächters, welches aus den unverschämtesten Tiefen kommt, wird ihre Lust und die Freude am Leben geschürt werden. Baubos Lachen kommt aus dem Bauch und lässt die Erde erzittern. Baubo reitet eine Sau und sie verkörpert die Hexe schlechthin. Lili, das ist so genial. Ja, ich mag mit Baubo auf der Sau reiten. Ich mag so schlagfertig sein. Blablabla. Du kannst dir jetzt raussuchen, welchen Anteil von Baubo du jetzt leben möchtest. Möchtest du albern sein, wie ich gerade mit meinem Schal im Kopf und über dich selbst lachen, dich in den Arm nehmen, mit deinem inneren Kind spielen? Möchtest du tanzen gehen und deine leidenschaftliche Frau aus dir heraus tanzen? Schau einfach mal, wo du diese Göttin, die einfach ganz echt und ursprünglich ist, in dir finden kannst. Der Teil in dir, der raus möchte, der die Scham beiseite schiebt und dem es egal ist, was die Leute über dich denken. So wie ich mein Schalvideo jetzt gemacht habe und geschminkt müde und ja, mich selbst auf die Schippe nehmend. Gut, da kannst du für dich reinfühlen, was da stimmig ist oder was da dir helfen könnte. Denn dann kannst du deinen Fokus auf das richten, was dir gut tut. Gut, und es ist spannend, ich habe noch nie gesehen, dass die eine Binde hier hat. Sie hat eine Verwundung im Oberschenkel, links, Gefühle, alte Verletzungen. Wenn man vom Mitleid ins Mitgefühl zu sich selbst geht, kann man wieder den Fokus dahin richten, wo es lang geht. Und das heutige Thema ist ja das Lachen und die Lebensfreude. Und die Kehlchakra-Karte hatten wir gestern schon und da möchte ich dir einfach zusprechen, die will jetzt mit dazu, Ruhe. Also das heißt jetzt nicht, dass du dich jetzt so, dass du, nee, anders. Für mich ist hier die Ruhe ausschlaggebend. Und wenn du hast hinter dir vielleicht ganz tiefe Prozesse, ganz viele Erkenntnisse und du darfst dir jetzt selbst zusagen, sprich es aus. Ich habe mir jetzt die Ruhe verdient. Ich habe mir jetzt die Ruhe verdient und die fühle ich jetzt mit der Leichtigkeit, die das Schmetterling symbolisiert. Die mit der alten weißen, das ist sie, ich glaube, die weiß, wer Baubo ist. Mit der wilden Frau, die ihre Lebendigkeit hinaustanzen möchte. Vielleicht in deinem eigenen Wohnzimmer, weil du noch nicht ganz die Scheu fallen lassen kannst. Mach dir die Musik laut und tanz, tanz, tanz. Oder spiel mit deinen Tieren, mit deinen Kindern, mit dem, der gerade da ist und finde deine Leichtigkeit. Weil sonst wirst du erschöpft am Boden liegen. Wir können nicht nur immer in die Tiefe abtauchen. Wir können nicht immer nur Themen anschauen. Und es ist zwischendurch einfach auch Zeit, dem Leben Leichtigkeit zu geben. Sprich es dir zu. Sag es dir zu. Wiederhol so lange, bis es in deinem Herzen angekommen ist. Du darfst jetzt eine Pause machen und die mit dem füllen, was für dich stimmig ist. Weil, ja, das nächste Thema wird sich wieder zeigen oder ein altes Thema tiefer. Und wir brauchen diese Regeneration und Integrationszeiten. Okay? Ja, und dann habe ich noch kurz gefragt, was sich dann im Alltag so zeigen wird, wenn du deinen eigenen Rhythmus findest und es dir zugestehst. Und was das in deinem äußeren Leben dann zeigen wird. Da kannst du jetzt noch weiter zuhören, wenn es dich interessiert oder auch nicht. Weil ich habe ja festgestellt, die Tage, dass es bei mir meistens um die Gemeinschaft geht. Ich versuche es immer so zu formulieren, dass die Gemeinschaft ganz unterschiedlich gelebt werden kann. Schau mal einfach mal. Du schlägst eine Brücke. Ist das nicht schön? In dem Moment, wo du anerkennst, was wir hier gerade erfahren haben, schlägst du eine Brücke zu deinem Herzen. Die 24 ist das Herz. Das heißt also, wenn du deinen eigenen Rhythmus findest zwischen Wirken und Integrieren. Wirken, Integrieren. Tiefe, Leichtigkeit, wirst du immer mehr dein Herz erstrahlen lassen. Auf dich bezogen, das Herz und die Sternkarte. Dann wird dein Herz immer mehr erstrahlen. Du wirst immer mehr du selbst sein, kommt mir hier rein. Und die Sternkarte ist für mich eine Spiritkarte. Sie ist für mich eine Karte des wachsenden Vertrauens in dich selbst. Also du wirst dir immer mehr vertrauen. Die Sterne stehen für Klarheit, für Erfolg, für der Anfang von etwas Neuem. Ein neuer Stern ist geboren. Etwas wird sich verbessern. Die Intuition, die Kreativität. Und ja. Und schaut mal, was das dann mit sich bringen kann. Je klarer und liebevoller du mit dir selbst bist, je mehr dein Herz verstrahlt, desto weniger wirst du dich von deiner Angst kontrollieren lassen. Was auch wieder bedeutet, dass du Klarheit in Liebesangelegenheiten finden wirst. Oder Klarheit in der Liebe finden wirst. Und wenn du jetzt keine Beziehung oder Partnerschaft möchtest, kann sich das auf deine Familie und deine Freunde beziehen. Dass da Klarheit reinkommt und du immer mehr du selbst bist. Oder dein Herz weiter wird und du dich noch mehr einlassen kannst oder öffnen kannst und Vertrauen bekommst. Es kann sein, dass es eine Seelengemeinschaft, also eine Seelenfamilie ist, weil du deine ureigenen Menschen auf Augenhöhe gefunden hast. Und da nochmal eine schöne Veränderung stattfindet. Du schlägst eine Brücke zu deinem Herzen und damit schlägst du eine Brücke zu Herzensmenschen in deinem Umfeld. Und das kann natürlich auch bedeuten, dass du eine Brücke zu deiner Liebe schlägst. Und damit die Liebe in dein Leben kommen kann. Oder ihr wieder Brücken baut zueinander, wenn es vielleicht gerade in einer bestehenden Partnerschaft nicht so gut läuft. Oder dass die Seele, die auf die Begegnung wartet, über diese Brücke gehen kann und Begegnung stattfinden kann. Das ist eine sehr, sehr schöne Kartenkombination. Es zeigt aber auch wieder an, wie wichtig die Prozesse in dir selbst sind. Mit jedem, wobei ich nenne es jetzt Prozess, aber es ist vielleicht ein Prozess zu sagen, ja, ich darf mir Ruhe gönnen. Also ich habe mitten in der Ausbildung mir jetzt eine Woche Ruhe gegönnt. Ich habe nichts gelernt und nichts geübt und es war perfekt. Und dann habe ich diesen Modultest bekommen und habe gedacht, den schaffe ich nie. Und habe diesen Ankreuztest gemacht und war fehlerfrei, obwohl ich eine Woche nichts getan habe und einfach nur mir die Ruhe erlaubt habe und integriert habe. Also probiert es einfach mal aus. Lachen, Lebendigkeit. Mach irgendwas, was dir Freude macht, selbst wenn du denkst, du musst jetzt noch dessen das tun. Und gönn dir die Zeit. Dann wird das, was zu tun ist, viel leichter zu tun sein, weil du Kraft getankt hast. Und wenn du das verstanden hast und vielleicht ist es so, dass du das bisher in Verbindung zu anderen Menschen dir selbst verboten hast. Vielleicht hast du da zu wenig auf dich geachtet und hast dir diese Leichtigkeit und das Lachen und die Ruhe nicht gegönnt. Und das ändert sich jetzt. Und wenn das sich jetzt ändert, wenn du diese Bereitschaft jetzt zeigst, weil du fühlst, dass meine Worte in deinem Herzen landen, kann sich deine Verbindung, die Connection, die Kommunikation, alles in deinem Umfeld verändern. Schau mal, du schlägst eine Brücke zu deinem Herzen, wenn du lernst, in jedem Augenblick für dich zu sorgen und für dich das Richtige zu tun. Und dann verlierst du auch die Angst, dich in deinen Gegenübers oder deinem Gegenüber zu verlieren oder aufzugeben oder in Co-Abhängigkeiten oder Bedürftigkeiten oder brauchen zu rutschen. Du schlägst Brücken zu dir, deinem Herzen und zu anderen. Wow! Und dann kamen noch die zwei Karten. Gemeinschaft. Da hatte ich es ja gerade davon. Es wird eine neue Form von Gemeinschaft geben. Und das kannst du für dich jetzt übertragen, ob das Familie ist, Freunde ist, Sehenfamilie ist, Partnerschaft ist. Und auch wenn hier jetzt ein Paar zu sehen ist, hier geht es for better and for worse. Hier geht es einfach darum, ob das eine Partnerschaft sein wird. Ob das, bleiben wir mal bei der Partnerschaft, auch wenn jetzt hier der Mann die Frau hält, die gerade erschöpft zusammenbricht, kann es auch umgekehrt sein. Ja, es kann auch sein, dass du als Mann einfach jetzt eine Auszeit brauchst und ein Gehaltenwerden brauchst. Und ich muss jetzt erst dem Impuls folgen. Es ist zweimal diese Woche gefallen, sich halten lassen. Und diese Karte signalisiert sehr, in guten wie in schlechten Zeiten. Aha, genau. Ich bin jetzt irritiert, weil mir zu viel im Kopf rumrennt. Okay, nochmal zurück. Es tut mir leid. Du schlägst eine Brücke, indem du lernst, für dich zu sorgen, zu deinem Herzen. Es kann wieder Heilung geschehen, es kann Leichtigkeit kommen. Du kannst deinen Stern, dein Herz zum Leuchten bringen. Dadurch verändert sich die Gemeinschaft, welche auch immer du jetzt wählst. Und das bedeutet, in dieser Gemeinschaft steht man zueinander in guten wie in schlechten Zeiten. Weil beide wissen, jeder hat seinen Rucksack zu tragen oder in der Familie oder im Umfeld oder die Freunde. Man weiß, das Leben ist nicht nur Zuckerschlecken, das Leben kann auch schwierig sein. Man kann sich gegenseitig triggern, man kann sich auch mal verletzen, man kann drüber reden und drüber kommunizieren. Man kann Beziehungen auf Augenhöhe führen. Man kann füreinander da sein, so wie es gerade gebraucht wird. Er zu ihr, umgekehrt genauso. Zwei Männer, zwei Frauen, Gemeinschaft. Es wird immer jemand da sein, der da ist. In guten wie in schlechten Zeiten. Du kannst dich fallen lassen, du kannst dich halten lassen, du kannst vertrauen. Das ist das, was auf dich zukommt und das berührt mich gerade sehr. Weil das Thema sich halten lassen in zwei kollektiven Legungen diese Woche da war. Und jetzt kannst du nochmal reinfühlen, wie es für dich ist, wenn da jemand wäre, der bereit wäre, dich zu halten in dem Schmerz, der sich zeigen möchte. Fühl rein, was macht es mit deinem Körper. Hast du noch Angst? Hast du noch Sorge, wieder verletzt zu werden? Oder fühlt es sich schon so an, als ob das jetzt morgen passieren darf und du bereit dafür bist? Üb das jeden Tag für dich, wenn du möchtest. Das wird kommen. Es ist jetzt mehrfach bestätigt worden. Entweder in einer Paarbeziehung oder in einer Familie oder in einer Wahlfamilie. So, jetzt habe ich 20 Minuten Karten gelegt und bestimmt 10 oder 15 Minuten erzählt und verabschiede mich jetzt. Ich fand es eine sehr schöne Legung. Und wie gesagt, man weiß nie, wann die Dinge im Alltag greifen. Es ist immer ein Prozess im Innen, der sich im Außen irgendwann spiegelt. Also nicht auf das Ende konzentrieren, sondern auf den Prozess konzentrieren. Aber du kannst es halten, wie du willst. Es ist nur ein Vorschlag, der von mir kommt. Und es war jetzt kein gehässiges Lachen, sondern ich habe gedacht, ach Sabine, du willst wieder jemandem was aufdrücken. Jeder darf für sich selbst entscheiden, ob er mir das glauben möchte. Oder nicht. Und ob er das einfach so, ja, wie auch immer. Für mich ist die Erfahrung, wenn ich mich auf das hier konzentriere, bleibe ich in der Warteschleife hängen, weil ich im Innen nichts verändere. So, das war das Wort zum Sonntag. Von eurer Sabine Carola. Ich freue mich über Likes. Ich freue mich über Kommentare, über Feedbacks, wenn ihr meinen Kanal abonniert oder mich weiterempfehlt. Das sage ich trotzdem, auch wenn ich vorhin erzählt habe, ich mache das zum Spaß und weil es mir Freude macht. Weil ich freue mich ja trotzdem, wenn was von euch zurückkommt. So, bis dahin, bis bald. Ciao, ciao. Wie ist denn mein Raum der Begegnung? Für Coaching über Karten und intuitives Kartenlegen. Hier ist dein Platz. Da kommt noch ein Tablett für Tee und Kaffee hin. Die Drachen sind unsere Begleiter. Liebevolle Klarheit. Hier auch nochmal Drachen und all das Handwerkszeug. Möchtest du eintauchen? Dann melde dich bei mir.